Ich sag es wie es ist Leute, der Name ist Programm, Bier spielt die Musik, es gibt tausend gute Gründe, um sich einen reinzubraten, wenn man Gründe braucht, ich kann auch so einen haben. Dosen drücken, knusprig machen, angenehm die Leber beizen, einen in den Rachen packen, noch mal kurz die Kehle schleifen, kurz ne Mütze Schlaf, danach Abfahrt, zweite Runde, jeder Kiosk eine Ecke sagt, folg ich, bester Kunde, saufen bis die Dichtung platzt, auf intensiver Taktung, sind die Flaschen leer, gehe ich akkurat auf Zapfung. Neuer Tag, neues Bier, der zweite Bildungsweg, für ne achtarmige Trinkung, es ist nie zu spät, wenn das Amt den Hahn zudreht, fließt der Zapfhahn weiter, ich gehe einfach auf Deckel und mach mich heiter breiter. Ach, die Karriere leider, steht im Keller und verstaubt, doch auf das Getränke-Business wird sich einer reingeschraubt, die Leber marinieren, den Deckel nochmal schmieren, es gibt so viel schöne Worte, um sich einfach zu bebieren. Prost Leute, macht euch einen Klassentag. Das war der Rest der Alkohol. Reste Alkohol gibt das bei mir sonst nicht. So, Harald, durch für heute. Oha, aber das fand was flöten gegangen. Ja, gerade. Okay. Ja, ich geh mit dir die Pridäunung.